Dies ist das Hans-Geiger-Gymnasium. Und dies. Auch dies. Und das. Und hier. Und dies. 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 Und das. Und dies. Und dies. Das Hans-Geiger-Gymnasium ist das einzige gebundene Ganztagsgymnasium Schleswig-Holsteins. Das bedeutet, dass an drei Tagen der Woche der Unterricht bis 15.15 Uhr oder 16.05 Uhr geht. Und an zwei Tagen bis 13.05 Uhr. Und das ist Marie. Marie geht in die fünfte Klasse. Am Montag beginnt der Tag um 7.45 Uhr und endet um 15.15 Uhr. Sie hat zwei Stunden Deutsch bei Frau Schuby. Dann eine Stunde Mathe bei Herrn Koslowski. Dann eine Stunde Sport. Und dann auch eine Stunde freie Lernzeit. In der freien Lernzeit entscheidet Marie selbst, was sie gerne lernen möchte. Heute erledigt sie ihre Hausaufgaben für Mathe und Deutsch. Und lernt 15 Minuten Englischvokabel. Um 12.15 Uhr endet der Vormittagsblock. Jetzt hat Marie Mittagsfreizeit. Marie hat sich aus den ca. 80 Arbeitsgemeinschaften am HGG zwei ausgesucht. Sie macht montags Judo und donnerstags singt sie im Chor. Die Judo-AG beginnt um 12.20 Uhr und endet um 13.10 Uhr. Anschließend trifft sich Marie mit ihren Freundinnen in der Mensa, wo jeden Tag eine Auswahl von drei Gerichten zur Verfügung steht. Um 13.40 Uhr geht für Marie der Nachmittagsunterricht los. Dieser ist etwas freier gestaltet als der Vormittagsunterricht. Heute hat Marie eine Stunde Geografie und eine Stunde Englisch. Maries Schultag endet um 15.15 Uhr. Ab der 9. Klasse hat Marie bis 16.05 Uhr Unterricht. Nach einem langen Tag hat Marie üblicherweise keine Hausaufgaben zu erledigen. Diese werden an Kurztagen aufgegeben. An einem langen Tag die Woche hat Marie keine Arbeitsgemeinschaft und kann sich aussuchen, wie sie die Mittagsfreizeit gerne verbringt. In der Oberstufe kann Marie aus folgenden Profilen wählen. Naturwissenschaften, Geschichte, WIPO, Sprachen und Sport. Marie wird von einem umfangreichen Programm zur Berufsorientierung profitieren. Sie ist eingebunden in die Kieler Region. Zum Beispiel durch eine Kooperation mit dem THW Kiel, der seine Nachwuchstalente auf das HGG schickt. Oder durch eine Kooperation mit der Firma Thales, wo regelmäßig Betriebsbesuche angeboten werden. Marie hat am Hans-Geiger-Gymnasium die Möglichkeit, sich in vielerlei Hinsicht zu verwirklichen. Sie kann an diversen Wettbewerben teilnehmen. Wenn Marie mal mit dem Lernstoff nicht hinterherkommt, kann sie Nachhilfe von Oberstufenschülern und Schülerinnen bekommen. Später gibt sie ihr Wissen selbst weiter, indem sie Nachhilfe gibt. Sie lernt den verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien durch zahlreiche Fortbildungen, die sowohl von der Polizei als auch von externen Experten oder von Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden. Marie ist Teil einer multikulturellen Gemeinschaft, die friedlich miteinander lebt und voneinander lernt. Das HGG wurde als Schule ohne Rassismus und Schule ohne Gewalt ausgezeichnet. Bis 2022 wird das HGG Stück für Stück kernsaniert. Bereits jetzt profitieren die Schülerinnen und Schüler von den modernen naturwissenschaftlichen Räumen. Alle Klassenräume werden auf modernsten Standard gebracht. Schallisoliert und ausgestattet mit Beamern oder Smartboards. Das HGG ist per Glasfaser mit ultraschnellem Internet versorgt und verfügt ab Sommer 2019 über ein flächendeckendes WLAN sowie drei Computerräume für modernsten Unterricht. Marie wird nach ihrer Schulzeit berichten, dass das HGG in vielen Punkten besonders ist. Das aber einer der wichtigsten Punkte, das offene und vertrauensvolle Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ist, weil man am HGG mehr Zeit miteinander verbringt und sich in den vielen gemeinsamen Aktivitäten als Menschen und emanzipierte Individuen wahrnimmt. In schwierigen Situationen hat ihr die Vollzeit-Sozialpädagogin geholfen und auch die Lehrerinnen und Lehrer hatten immer ein offenes Ohr für sie. Sie hatte durch die SV, die Arbeitsgemeinschaften, die Schülerzeitung, Lernen durch Lehren und diverse andere Dinge die Möglichkeit, die Schule aktiv mitzugestalten. Marie wird ihre Schule nach dem Abitur noch oft besuchen und als ehemalige Schülerin dem Verein der Freunde beitreten. Ihre Schulzeit wird sie nie vergessen. Das HGG – viel mehr als Schule. Das HGG – viel mehr als Schule.